Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von tarifcheck.de, das kostenlose Online-Vergleichsportal für Versicherungen, Finanzen, Energie und Telekommunikation. Die Frage erstmal, Kai, wie packend fandest du das Rennen denn am Sonntag? Also ich fand es jetzt schon ganz interessant. Ich fand Silverstone noch irgendwie interessanter, weil ich ja vor Ort war. Das ist dann immer noch was anderes, aber es ist ja auch so ein bisschen was passiert und es gab ja noch eine Aufholjagd. Aber das Spektakuläre da, als dann plötzlich fünf Fahrer gegeneinander gekämpft haben in der letzten Runde in Silverstone, das hast du halt nicht jedes Rennen. Und in Österreich war halt am Ende doch klar, jetzt fährt der Leclerc nach Hause und Max wird auch Zweiter. Und ja, der Mick holt auch seine Punkte. Das war dann schon alles irgendwie offensichtlich. Es war ja auch spannend. Hättest du damit gerechnet, dass Mick Schumacher nach Silverstone, nach seiner Punktepremiere, gleich eine Woche später in Spielberg nochmal eine Schippe drauflegen kann? Also wenn, war das der günstige Zeitpunkt, weil da machen wir uns nichts vor. Dem ist ja ein ganzer Rocky Mountain da vom Hals gefallen. Und von daher hat er einfach die komplette Motivation gehabt, den Rückenwind aus dem letzten Rennen. Und wenn man dann so nach vorne geblasen wird, dann fährt man natürlich auch entsprechend gut weiter. Und dass er das Handwerkszeug grundsätzlich drauf hat, das wissen wir ja alle. Aber da konnte er dann wirklich einfach am Ball bleiben. Das ist ja genau dasselbe, wenn es dann einmal nicht klappt und da gibt es einen Unfall, dann ist man auch schon wieder kurz vor dem nächsten Unfall, weil man da wieder Angst hat. Jetzt bloß kein Unfall, bloß kein Unfall. Und jetzt war es da einfach mal umgekehrt. Und das war sehr positiv und deswegen auch ein Doppelplus. Jetzt wollen wir auch mal hoffen, weil das waren zwei Rennen, dass sich das auf dem Niveau so ein bisschen einpegelt. Denn dann werden wir am Mick ja noch viel Spaß haben. Und dann brauchen wir vor allen Dingen die Diskussion dann einfach nicht mehr, wie lang fährt er noch oder wie teuer darf es werden, bis er nicht mehr fahren darf. Dann haben wir das vom Tisch. Ja, das stimmt. Das waren natürlich auch diese letzten Wochen und Monaten, diese Diskussion natürlich auch gerade nach Chetta, wo es dann einen Crash gab, wo das Auto in zwei Teile zerlegt wurde. In Monaco ebenfalls, wo das Auto in zwei Teile. Es war natürlich schon auch ein teurer Spaß. Ich glaube, eine Million Dollar, glaube ich, hat so einen Crash irgendwie gekostet. Also das sind ja schon Summen für so ein kleines Team in Zeiten mit der Budget-Obergrenze. Das darfst du dir nicht erlauben, oder? Wo der Hauptsponsor abgesprungen ist vorher, wo sowieso ein großes Loch klafft. Also da freut sich keiner. Da freut sich auch über sowas, freut sich auch Red Bull nicht. Und auch Ferrari nicht und auch Mercedes nicht. Und dann speziell halt bei den kleinen Teams, da macht es sich noch mehr bemerkbar. Also die können auf sowas gerne verzichten. Es war ja, wenn man überlegt, es waren neun Rennen. Es hat neun Rennen, oder vielmehr neun Rennen, wo es keine Punkte gab. Günter Steiner hat ja mit Schumacher, wir haben ja auch hier schon in der Sendung darüber gesprochen, ja auch öffentlich angezählt. Kann man, glaube ich, auch so beschreiben, Kai, oder? Dass er öffentlich angezählt wurde. Ähm, ja und nein. Man weiß jetzt wieder nicht, also es war ja teilweise, waren es ja auch so gegenseitige Schuldzuweisungen. Teilweise war da noch ein Dritter mit drin. Dann war, was haben die Medien draus gemacht? Deswegen ist es immer ganz, ganz schwierig, wenn man nicht genau weiß, wie haben die eigentlich mal intern hinter verschlossenen Türen miteinander geredet? Wie sind die das Problem angegangen? Sind sie es überhaupt angegangen? Und von daher finde ich es immer ganz schwierig, von außen so Kaffeesatzlesen zu machen und dann noch zu sagen, ja, aber der war jetzt und da. Also Fakt ist, es war nicht so eine Harmonie wie nach den beiden eingefahrenen Punkten jetzt, also in den letzten beiden Rennen. Da spürt man natürlich eine ganz andere Freude und eine ganz andere Harmonie, aber das liegt in der Natur der Dinge. Niederlagen sind selten schöner als Siege. Am Samstag beim Sprint fand ich es auch so ein bisschen interessant, die Szene, du hast es ja wahrscheinlich auch gesehen, Mick Schumacher hat ja gefunden, er sei schneller. Vor ihm eben Kevin Magnus und sein Teamkollege und dann hat das Team gebeten, dass man ihn vorbeilässt, weil er schneller ist. Und das hat man beim Sprint noch nicht zugelassen, nicht gemacht letztlich. Irgendwann ist dann Mick aus dem DRS-Fenster dann rausgeflutscht. Mick hat sich dann hinterher auch besperrt und hat ja auch dann gesagt, und auch viele andere haben das natürlich auch gesagt, dass Kevin Magnus ihn ja eigentlich auch ein bisschen langsamer hätte fahren können, damit Mick weiterhin im DRS-Fenster bleibt. Das war dann so ein bisschen eine Strategie, die man da am Samstag gewählt hat, die man am Sonntag dann aber wieder besser gemacht hat, oder? Ja, vielleicht hat man auch daraus gelernt oder vielleicht war es eben auch bewusst so geplant. Oder es gab die Absprache, pass mal auf, am Samstag, da seid ihr auf euch selbst gestellt und am Sonntag reparieren wir dann zur Not, wenn irgendwas in der Art passiert und schalten uns dann ein. Da wissen wir ja auch nicht, wie die Absprachen da waren. Aber wie heißt es so schön, das ist ja alles auch Character-Building und der Mick lernt ja draußen, das ist ja das Schöne, entwickelt sich dadurch immer weiter und das Team, wenn das Team hinterher sieht, wir profitieren davon und wenn der Mick dann sagt, ich bin schneller und er kann es dann auch beweisen und halten, dann wird das Team nächstes Mal nicht so lange zögern. Aber wenn die natürlich auch sagen, komm, der hat letztes Mal schon recht gehabt, dann lass uns das wieder probieren. Und wenn es nicht klappt, können wir immer noch zurücktauschen. Das heißt, so eine Szene, wie wir es im Sprint gesehen haben, glaube ich, so wird nicht nochmal vorkommen, weil man gesehen hat, am Sonntag war es ja die ähnliche Ansage von ihm, dass er schneller ist und dann durfte er dann auch an Magnussen vorbei. Also es kommt auf die Situation an. Vielleicht ist es das nächste Mal auch genau umgekehrt. Der Magnussen hängt hinter ihm und sagt, ich bin deutlich schneller, lass mich vorbei. Dann werden die auch nicht sagen, nee, nee, bei uns ist jetzt der Mick der größere Name, keine Chance, sondern da wird der schnellere Fahrer auch durchgelassen. Also ich glaube, dass die sich da auch weiterentwickeln, aber dass es da keinen Mick-Vorteil gibt, sondern dass in dem Fall einfach der schnellere Fahrer dann wahrscheinlich den Vortritt kriegt. Oder hoffen wir es mal, wissen tun wir es nicht. Aber das ist ja die Frage, die du sicherlich am Dienstag dann dem Günter Steiner stellen wirst. Was würdest du ihn denn eigentlich jetzt fragen? Wenn du jetzt die Gelegenheit hättest, Günter Steiner, sagen wir mal, drei Fragen zu stellen, welche Frage, oder sagen wir mal von drei Fragen, welche Frage würdest du ihm stellen? Wie oft er in dieser Saison schon Fuck gesagt hat. Was würde mich sehr interessieren? Weil? Ja, weil er das sehr oft, das kennen wir ja aus Netflix, weil er das Wort sehr oft benutzt hat. Und deswegen würde ich gerne wissen, ob das da ruhiger geworden ist oder ob das eher zugenommen hat und über die Entwicklung der Saison gerade bei den Rennen, wo es nicht geklappt hat und was ihm so durch den Kopf gegangen ist, wenn er da einige Unfälle hat erleben müssen. Das werde ich ihn auf jeden Fall fragen. Und was ja auch einer der vielgestellten Fragen, also seit heute Morgen schon war, die ich auch stellen soll, vielmehr, warum die Upgrades erst zum letzten Rennen vor der Sommerpause kommen. Hast du da eine Idee, warum man das gerade zum letzten Rennen in Ungarn macht und dann gewissermaßen darauf hoffen muss, dass das Upgrade auch funktioniert? Weil wenn es nicht funktioniert, hast du vier Wochen, wo du nichts machen kannst. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das hängt mit dem Geld zusammen. Das kostet ja auch alles, was man da macht. Und wenn dann da irgendwo vielleicht eine Rechnung nicht bezahlt ist oder die Teile nicht da sind oder noch nicht so weit sind, dann dauert es eben so lange, wie es dauert. Und das kann ja im Endeffekt nur mit Kosten zu tun haben. Denn ansonsten, die legen das ja nicht extra auf die lange Bank. Wenn sie Verbesserungen fürs Auto haben, dann machen sie es ja so schnell wie möglich und sagen ja nicht, ja Moment, jetzt lassen wir uns erst mal Zeit. Weil das mit den Punkten, das überlegen wir uns mal für später. Und wenn wir noch ein paar mehr Punkte holen können, das können wir dann noch später machen. Das wird ja nicht der Fall sein. Aber natürlich auch gut, das wird natürlich ein Thema sein für Dienstag. Hätte ja auch sagen können, wir machen das vorletzte Rennen vor der Sommerpause. Aber gut, das wird dann ein Thema für Dienstag sein. Da freue ich mich dann schon sehr drauf. Ich hoffe, du schaust aufmerksam zu dann am Dienstag um 19 Uhr. Wenn ich dann die Ehre habe, mit Günter Steiner hier in der Sendung zu sprechen. Ich hoffe, dass ich mich nicht verspreche und ich sage, Günter Haas, wie wir das schon mal hier in der Sendung gemacht haben. Geht schnell, ja. Ja, weil es vom Namen her auch nicht unlogisch klingen würde. Es gibt mit Sicherheit einige, die auch mit Nachnamen sicher so heißen. Schlussfrage zu dem Thema. Glaubst du, um die Frage auch aufzugreifen, die auch bei uns im Thema integriert ist, ist er in der Formel 1 jetzt angekommen? Ist er jetzt da? Also ist er jetzt, nach Silverstone und Spielberg ist jetzt bei ihm, du hast es vorhin auch schön beschrieben, so ein Rocky Mountain, glaube ich, ist von ihm abgefallen, hast du, glaube ich, gesagt. Glaubst du, dass jetzt das volle Potenzial des Mitschuhmachers wir erleben werden? Also ich denke zum einen, dass er schon vorher da war, weil Ankommen ist ja immer eins. Ankommen ist ja dieses, ich fühle mich wohl mit meinem Team, in meinem Umfeld da, mir macht das alles Spaß. Ich sitze in dem Auto, habe ein gutes Gefühl. Ich glaube, dass er das schon sogar bei den Tests hatte. Und dass er auch halt dadurch, dass er Mitglied in der Ferrari-Familie ist, dadurch, dass er in den Serien vorher gewonnen hat, dass er da einfach schneller auch in sowas reinrutscht. Deswegen sage ich mal, dass mit dem Ankommen, das habe ich schon irgendwie gesehen, dass er also deutlich eher angekommen ist. Aber Ankommen ist immer das eine. Das andere ist halt, ob er seine Leistung entsprechend abruft. Und ich glaube, jetzt hat er mal das gezeigt, was er kann und hat seine Leistung abgerufen, während vorher war es immer so ein Unfinished Business, so ein Fragezeichen. War das schon alles? Ist das der Mick? Ist das sein Optimum? Und jetzt können wir sagen, das war jetzt zu diesem Zeitpunkt sicherlich mal das Optimum, was er rausgeholt hat, das, was er auch machen muss, um in der Formel 1 zu glänzen, zu bleiben und sich weiterzuentwickeln. Und das kommt jetzt, kommt ja der nächste Schritt, dass er sein Optimum jetzt weiter nach oben schrauben muss und sich entsprechend verbessern. Aber das zumindest, was er jetzt hat, konservieren und dass da jetzt kein Rückschritt mehr kommt. Glaubst du, dass die öffentlichen Statements von Dr. Stein auch ein bisschen dazu beigetragen haben? Oder dass das jetzt bei ihm keine Rolle gespielt hat? Das ist für mich schwer zu sagen. Also ich halte den Mick eigentlich für jemanden, der, auf Deutsch gesagt, keinen Arschtritt braucht. Ich glaube, er ist ein sehr intelligenter Bursche. Er hat das Analytische seines Vaters ganz klar in den Genen. Und also in dem Fall, glaube ich, es gibt ja so Fahrer, denen muss man erst mal eine Flamme anmachen oder die muss man in den Arsch treten. Und dann geht es auch. Aber er gehört, glaube ich, nicht zu der Kategorie, weil er ist schlau genug, er weiß, was er da zu machen hat. Deswegen ganz schwer zu sagen, ob das alles geholfen hat. Und ich glaube, es hilft immer, wenn man Vertrauen in sein Auto hat und wenn man merkt, das hält, es geht nicht kaputt. Und Vertrauen des Teams, Vertrauen des Umfeldes. Und da hat es offenbar dann anscheinend ja nach den ganzen Ärgernissen anscheinend ja doch mal irgendwo hinter den Türen da eine richtige Aussprache gegeben. Und dass man ihm auch das Gefühl gegeben hat, Junge, pass auf, wir stehen hier hinter dir. Jetzt mach dir mal keine Gedanken, egal was du hörst, egal was du liest. Du fährst hier in diesem Auto und fährst das Ding auch zu Ende und hast jetzt so viel Zeit, zu zeigen, was du drauf hast. Und am besten fängst du jetzt mal damit an. Also du glaubst aber auch, dass die Diskussion und die Frage, ob er nächstes Jahr noch für Haas fährt, als auch beendet ist, oder? Also ich hoffe es auf jeden Fall. Auf der anderen Seite ist das ein schnelllebiges Geschäft da. Jetzt stell dir mal vor, die nächsten beiden Rennen, zwei selbstverschuldete Unfälle. Dann haben wir doch wieder die Diskussion. Sind ihm die Punkte zu Kopf gestiegen? Warum macht er diese Unfälle? Was ist da los? Wie lange hat Haas noch Geduld? Da geht es ja wieder von vorne los. Also die Medien passen sich auch gerne immer diesem Biorhythmus dann an. Also deswegen hoffe ich mal, dass er das da konserviert. Und er selber hat es ja drauf, jetzt das Ganze zu beenden. Und ich hoffe, dass wir dann auch eine Standleitung zu Günter Steiner haben, dass wir dann immer je nach wie das Rennen gelaufen ist, dann auch individuell darüber mit ihm sprechen können. Also nochmal der Hinweis, am Dienstag um 19 Uhr bei uns dann live gewissermaßen. Das Interview zeichnen wir vorher auf, aber die Sendung wird dann live sein und danach auf Abruf. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus unserer Sendung. Die ganze Sendung in voller Länge gibt es auf www.jampone.de zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.